Am 20. Mai. Er hat vergessen, wem er auf der Spur war. Ein PK-Beamter wird in den Kopf geschossen, gerade in Kärnten. Das nächste Mal soll ich immer ein anderes Bundesland. Gefährliche Ermittlungen für Adele Neuhauser und Harald Krasnitzer. Sie verlassen bitte heute noch mein Gasthaus. Ja, ohne bei Freunden. ORF-Premiere zu Pfingsten. Irgendwas, Maulitz, ich kann Sie an irgendwas erinnern. Tatort unvergessen. 20. Mai, 20.15 Uhr, ORF 2.